Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hast du dich schon einmal gefragt, was du eigentlich alles mit Aktivkohle anstellen kannst? Nein? Dann bleib jetzt dran und du erfährst, wie du mit einfachen Aktivkohletabletten deine Zähne aufhellen kannst, mit Esser ganz einfach entfernen und deinen Körper entgiften kannst. Wenn dir das Video gefällt, dann kannst du gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren und mir einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn du möchtest, kannst du natürlich das Video auch gerne mit deinen Freunden und Bekannten teilen. Aktivkohle ist nicht zu vergleichen mit normaler Kohle, die du sonst kennst. Aktivkohle ist eine medizinische Kohle, die du in der Apotheke oder im Drogeriegeschäft wie zum Beispiel DM und Rossmann kaufen kannst. Sie wird aus Kokosnussschalen hergestellt und ist ein super Beauty-Produkt. So kannst du dir beispielsweise eine Gesichtsmaske herstellen, die deine Mitesser sofort entfernt. Eine genaue Anleitung als Video dazu findest du in der Infobox verlinkt. Die Maske trägst du ganz einfach auf und lässt sie dann für 45 Minuten einwirken. Danach ziehst du sie wie eine Peel-off-Maske nur noch ab und alle Mitesser sind entfernt. Aktivkohle lässt sich außerdem super zum Aufhellen der Zähne verwenden. Dazu zerkleinerst du ganz einfach ein paar Tabletten Aktivkohle und putzt dir damit die Zähne. Die Kohle wirkt wie ein natürliches Zahnpeeling und entfernt dabei den Zahnbelag. Auch hierzu findest du nochmal eine genaue Anleitung in der Infobox. Zu alledem ist Aktivkohle außerdem ein super Detox-Produkt zum Entgiften des Körpers. Du kannst dir damit ganz einfach super Smoothies mixen. Sie sehen zwar auf den ersten Blick nicht so appetitlich aus, aber die Farbe täuscht. Für einen einfachen Smoothie mit Aktivkohle empfehle ich dir einen Kiwi-Smoothie. Dieser besteht aus 3 reifen Kiwis, 200 Milliliter Multifetaminsaft, Minzblättern und einer Tablette Aktivkohle. Dann mixt du alles nur noch zusammen und schon hast du den perfekten Detox-Trink. Probier die Tipps gerne aus und überzeuge dich selber von der Wirkung des einfachen Hausmittels. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.